Wie ist die Uni? Hilft mir die Uni, wenn ich Fragen habe oder keinen Durchblick mehr habe? Abi Natasche was dann? Studieren in Düsseldorf eine gute Wahl. Komm zum Hochschulinformationstag und informiere dich über das Thema die richtige Studienwahl. Vorstellungen der verschiedenen Fakultäten? Praktische Einblicke in verschiedene Studienfächer? Berufsperspektiven nach dem Studium? Informier dich! Deswegen bin ich hier, um das zu fragen.